Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir eine Sternenbox basteln. Wie ihr seht, hat sich hier oben so ein Stern gebildet. Es ist einfach eine super süße kleine Geschenkverpackung, wie ich finde. Man kann sie auf zwei Arten machen. Ich erzähle euch gleich während des Videos, wo da der Unterschied liegt. Wir starten mit Cardstock, den wir als erstes brauchen. Den habe ich hier schon mal zurecht geschnitten. Der ist 19 cm lang und 12 cm hoch. Mehr brauchen wir erstmal gar nicht. Ihr braucht noch so ein bisschen Werkzeug, z.B. Doppelseitiges Klebeband, Schere, Flüssigkleber zur Not sonst auch, dann entweder eine Lochzange oder ein Locher, je nachdem was ihr gerne möchtet und Geschenkband. Da habe ich euch auch mal in einem Video gezeigt, wo ich das gekauft habe in einem Haul. Kann ich, wenn ich dran denke, oben mal ins I setzen. Genau und das war es auch schon. Natürlich brauchen wir noch was zum Falzen, also entweder Falzbrett oder Lineal und Dotting Tool. Je nachdem, was ihr eben habt. Ich nehme jetzt hier mein Falzbrett. Wir falzen als erstes auf der langen Spur bei drei Zentimeter. Drehen das Ganze einmal komplett um und falzen auch da bei drei Zentimeter. Und jetzt falzen wir immer in drei Zentimeter Schritten. Das heißt, wir setzen das erste Mal an, immer vom Rand aus natürlich wieder. Bei drei, wieder bei drei, also bei sechs, dann bei neun, bei zwölf, bei fünfzehn und das letzte Mal bei Nummer 18. Das war es mit den Falzen. Die ganzen Linien knicken wir jetzt natürlich einmal. Einmal hier, einmal da. Ich kann euch gleich auch noch mal den Unterschied zeigen zwischen den beiden Varianten, die ihr hier mitmachen könnt. Also ihr könnt aus dieser Box oder mit dieser Anleitung zwei verschiedene Varianten gestalten. Und das zeige ich euch jetzt schnell mal. Zum einen habe ich jetzt hier, wir nehmen mal die schönere, hier die Variante, die wir jetzt gerade machen. Das ist die mit der drei Zentimeter Falzung auch oben. Die haben wir nämlich hier. Das gleiche könnt ihr aber auch machen ohne diese drei Zentimeter Falzung. Dann fällt das Papier von alleine. Je nachdem, wie es gerade so möchte. Also hat es ein bisschen noch das Unregelmäßige drin, was ich eigentlich auch sehr schön finde. Also diese drei Zentimeter Falzung oben ist nicht zwingend notwendig. Ihr seht hier beide Varianten. Man kann für sich selber entscheiden, welche man jetzt schöner findet. So, jetzt schneiden wir uns noch mal unsere Klebekante hier zurecht. Das ist die 1 Zentimeter Falzung hier hinten. Können wir das untere Stück nämlich rausschneiden. Das schrägen wir uns dann gleich schon mal an. Und einmal hier oben anschrägen. Das war es schon. Jetzt müssen wir nur diese einzelnen Klebelaschen für den Boden voneinander trennen. Also einfach bis zur Falz hochschneiden. Die braucht ihr jetzt auch nicht anschrägen oder so. Das ist nicht notwendig. So. Und dann können wir hier schon einmal, wenn ihr jetzt mit doppelseitigem Klebeband arbeitet, könnt ihr das da schon mal drauf machen. So. Weil wir die Dose jetzt nämlich schon mal verschließen können. Das heißt, wir kleben jetzt diese Klebelasche auf das letzte Stück und haben jetzt so ein Zylinder, könnte man sagen. Das hier ist jetzt der Boden. Das machen wir aber erst gleich. Wir nehmen uns jetzt entweder unseren Locher oder unsere Lochzange. Ich nehme die Lochzange und stanze mir jetzt einfach hier oben ins Eck ein Loch. Dann habe ich hier oben das erste Loch. Jetzt falte ich weiter und loffe auch da ein Loch rein. Dann wird wieder weiter gefaltet und das nächste Loch gemacht. Ich habe da jetzt kein bestimmtes Maß für euch. Also ich mache das immer so mit so Pima Auge. Also da kann ich euch jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt so und so 4 cm oder Millimeter vom Rand aus. Natürlich nicht direkt am Rand, weil dann könnte es einreißen. Das ist aber klar. So. Dann sind wir auch gleich einmal rundherum fertig. Das letzte. Das Ganze sieht jetzt nämlich so aus. So einmal schön rundherum gelocht. Und jetzt können wir den Boden schließen. Dann nehme ich jetzt einfach Flüssigkleber und gebe das immer so auf eine Ecke. Da wir das jetzt ja nach und nach zusammenfalten, damit es nicht ganz so alles schmiert, reicht das eigentlich schon, wenn man das immer auf eine Ecke gibt. So. Und am besten umdrehen. Gucken, dass ihr schön diese Sechseck habt, dass sich das schön gebildet hat. Und dann irgendwie mit einem langen Stift oder Falzbein reingehen und schön andrücken. Weil ihr könnt sonst keine Kraft aufwenden, wenn ihr es nicht auf den Tisch stellt. Schön darauf achten, dass dieses Sechseck da bleibt. So. Und jetzt nehmen wir uns unser Schleifenband und fädeln das jetzt einfach durch. Immer so, wie wir auch die Löcher gemacht haben. Also durch die beiden. Dann drücken wir die nächste Ecke ein bisschen zusammen. Fädeln durch die beiden Löcher. Und auch das gleiche bei der nächsten Ecke. Das machen wir jetzt einmal rundherum. Bis wir beim letzten Loch angekommen sind. So. Jetzt sollte das auch bei euch so aussehen. Das können wir schon mal abschneiden. Und jetzt geht ihr mit den Fingern zwischen die Spitzen und drückt einfach so ein bisschen rein. Damit ihr diese Sternenform bekommt. Dann könnt ihr nämlich schon mal langsam anfangen euer Band zusammenzuziehen. Und dann findet sich die Form eigentlich ganz von alleine. Ihr solltet natürlich passendes Band für eure Löcher nehmen. Also wenn das Band zu groß ist, dann geht es natürlich schwerer. Das sieht man jetzt gerade bei mir. Aber es geht trotzdem. Also ich habe es bei den anderen Boxen auch gemacht. So. Und wenn ihr zufrieden seid damit, dann einfach einen Knoten rein. Und zum Beispiel eine Schleife oben drauf. Und eure Sternenverpackung ist fertig. Also ich finde die wirklich ganz toll für kleine Geschenke. Zum Beispiel auch als Gastgeschenke, wenn man eine Feier hat und verschiedene Gäste eingeladen hat. Da jetzt ein paar kleine Süßigkeiten rein. Dafür sind die einfach perfekt. Sie sehen wunderschön aus, wie ich finde. Sie sehen auch wieder so aus, wenn die super schwer zu machen sind. Aber eigentlich sind sie wirklich ganz, ganz leicht. Und mit dieser Anleitung habt ihr eben zwei Varianten. Einmal die mit der 3 cm Falzung. Oder ihr lasst es weg. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr könntet jetzt auch noch mit dem Daumen das Ganze reindrücken. Dann würde sich so eine Spitze bilden, könnte man fast sagen. Das werde ich jetzt aber bei der hier nicht machen, weil ich sie so eigentlich ganz schön finde. Ja, das war es aber schon. Mehr kann ich euch jetzt gerade in diesem Video gar nicht zeigen. Ich hoffe, dass euch die Anleitung gefallen hat. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und freue mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss ihr Lieben!